Bom, 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 dum, dum, dum Hellooo! Falsche Knüsse. Ah, hier ist ein Stein. I don't give a fuck. Oh, und. Komm jetzt. Ich bin hinter dir. Puh, da ist noch! Bist du untergefallen? Ja, natürlich. Mann, Basti! Oh, ich will doch nur ein paar Leute einschlafen. Einschläfern. Nein, ich will mit denen schlafen. Mach'n tiefer. Mach'n tiefer. Was tut Basti so beim ausländischen Autotuner? Mach'n tiefer! Das ist voll unfair, wie der Schieß, Mann. Das macht physikalisch gar keinen Sinn. Äh, der bogelt drauf, Alter. Der soll sich mal physikalisches Gesetze kaufen, Alter. Kann ich was nicht einschätzen, oder? Ist... So? Oh ja, doch easy. Ich kann das immer ein bisschen nicht schlecht einschätzen. Nein, nein! 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 Hahahaha! Hahahaha! Spatz! Wuss! Ja! Loll! Wie du mich ausgedachtst! Du Idiot! Wie ist so ein Schweden-Spieler eigentlich gekommen? Nee, Finnland! Schweden ist ja gelb! Bestimmt! Schweden ist ja gelb! Gelb-Blau! Oh, ich bin blöd, Alter! Wie kommen wir denn hier durch? Warte! Ich hab Klamm! Fuck! Hahahaha! Deiner Finger schlägt grad auch noch. Ist so unerminär. Pause, okay? Pause! Nein! Das klingt sehr falsch, Niklas. Ja, ich muss messern die Durchblutling wieder in meine Hände... Okay, so. Okay. Das... Okay. Es ging grad ein bisschen... Es ging schon ab, Junge. Das... Okay. Heim ich mal. Schleckt grad. Willst du mich verarschen, Alter? Ich steh frei! Was machst du denn? Alter! Granate! Hahahaha! Was? Was? Zerupiti, die Ponzi-Leist da... Was? Ja, ich hab da ein kleines Problem... Und... Headshot! Wie kommen wir hier wieder raus? Bleib mal... Bleib mal da drauf stehen! Mann! Basti! Basti! Jetzt! Hä? Bei dem Blauen, in der Mitte! Rechts! Rechts! Da wo das Todes-Schild ist! Ja, da rechts! Ich bin immer zu weit! Ich bin immer zu weit! Es kann doch... Nein! Rechts! Diese Zweierdinger! Geh auf den Kopf! Genau da! Müsste es sein! Ja, aber ist es nicht! Oh! Du! Die ist du, ist nicht! Weiß! Okay! Hahahaha! Hahahaha! Leon stinkt ja hart, alter! Ist das hier Leons Anzüge? Guck mal, wir sind alle hübsch angezogen bis auf Leon! Und Leon stinkt! Hier ist jetzt die ganze... Die ganzen Leute anwesend, bist du auch Leon? Der... Der badet erst... Auf der Hochzeit! Wo bist du? Oh! Über die Kante! Basti, jetzt auf da rumzudrödeln! Ich sterbe! Wow! Wow, das ist ja peinlich, weißt du das? Basti, was hast du aus deinem Namen gemacht? Ich hab vergessen, was ich damit sagen wollte... Nein! Hahahaha! Hm, was ich wohl machen muss... Oh! Ah, wait! Ah, come on! Ich irgendwie... Komm schon! Hab ich die richtige Idee? Denk ich richtig? Eine Ewigkeit später! Das Ding ist, es sieht halt aus wie so eine scheiß Plattform hier... ...die eigentlich hoch und runter gehen soll... Warum geht sie nicht hoch und runter? Wenn die Lösungen drauf haben, ist sie weinig... Aber das... Was? Das ist wirklich von hoher Qualität! Ne, Profist! Profist, okay? Auf drei! Zwei! Nein, auf drei! Also... Ja! Ich werde machen! Eins! Zwei! Drei! Ach man! Du musst doch... Du musst doch... Gedanklich bei der drei klicken! Eins! Zwei! Drei! Nein, du... Bei mir kam das erst viel später an! What the fuck! Oh Gott, Alter! Hilfe! Hilfe! Nein! Was? Da kommst du nicht hoch, Alter! Ich glaub, da kommst du hoch! Ja, klar! Das war gebackt, Alter! Du hast einfach noch den Rand von der zweiten! Ah! Nein! Nein! Ah! Ah! Nein! Nein! Oh! Voll verkackt! Leo kriegt immer nur die Scheiße! Ich mag Scheißen! Ja! Nein! Oh! Ich bin an den Granaten! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Alter, war das dumm! Mission failed! Ich sauge! Leben ein! Und sauge! Leben aus! Du hast auch keine Begrenzung, ne? Was? Weißt du, Mitchell hat das wenigstens eine Begrenzung, wie lange du sucken kannst, so? Bei ihr kannst du so lange sucken, wie du willst! Das klingt so falsch! Oh! Leon, was hast du denn? Leon, was hast du denn? Was zum Fick warum? Du hast dich voll in der Tür gehalten! Ja! Baut hier! Hör auf zu fressen in der Aufnahme! Was ist das jetzt? Baut hier! Was ist das? Was ist das?